Hallo meine lieben Zuschauer und willkommen zu einem neuen Tutorial von Ohamiyuki mit der süßen kleinen Ara, die heute Geburtstag hat. Und hey Schnucki, komm her! Nicht jetzt von der Kamera weggehen und ein schwarzes Bild ab. Die heute ihren Geburtstag feiert und für die ich ein kleines Hundetörtchen vorbereitet habe. Das möchte ich euch gerne hier in diesem Tutorial zeigen, wie man das genau backt und wie man für seinen Hund so ein kleines Leckerchen und Gaumenschmäuschen zubereitet. Ich hoffe euch gefällt dieses Tutorial und die Ara, die ist gerade mega in Kuschelstimmung. Schaut es euch einfach an und wie gesagt zum Selbermachen und alle Zutaten, sprich auch Rezept, findet ihr unten in der Videobeschreibung. Daumen hoch lassen, freuen, abonnieren für weitere Hunde- und Tutorial-Videos hier auf meinem Kanal, auch im Thema Backen und dann viel Spaß beim Video. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.